Licht bedeutet, dass man etwas sieht. Gutes Licht schafft aber auch sehr viel Stimmung und beeinflusst den Körper und den Organismus eigentlich. Gutes Licht zeichnet sicher mal die Farbe der Gabe aus, dass man auch sieht, was man vor sich hat und nicht irgendeine schummerige Nummer ist. Das beste Licht ist immer noch das Sonnenlicht. Heutzutage ist ein Umstieg von alten Technologien auf neue Technologien zwingend. LED hat den grossen Vorteil, dass es extrem wenig Strom verbraucht. Heute hat man einfach viel mehr Möglichkeiten. Mit dem Tunable White, das ist eine Farbverschiebung, die man am Leuchtkörper selber machen kann. Früher musste man sich auf eine Leuchtfarbe festlegen und das war sie dann. Also in einem grösseren Betrieb wie in einem Hotel zum Beispiel lohnt sich ein Umstieg sehr wohl. Es muss nicht einmal ein Hotel sein. Herkömmliche Leuchtmittel kann ich jetzt zu Hause gar nicht mehr. Meine sämtlichen Leuchtmittel sind intelligent. Also ich kann die ganzen eigentlich über von Bluetooth steuern. Vom Handy aus, oder vom Computer aus, oder vom Tablet aus. Und bin so eigentlich unabhängig. Der Liebteppich von der Grundbeleuchtung her, von aussen nach hinten haben wir eigentlich von sehr warm auf ein kleines neutrales Weiss sind wir gegangen im Teckenbereich. Und mit dem Neutralweiss sieht man alle Farben eigentlich auch besser. Wenn es dann weiter hinterher geht in die Produktion, gehen wir dort eher ein kleines kaltes Weiss rein. Als Effektlicht haben wir zum Beispiel Fleischerleuchte bei der Kebabspieße drin. Wo eigentlich den ganzen Kebabspieße ja rötlich saftig rüberbringt. Dass man eigentlich gerade reinbeissen will. Im Restaurant ist es besonders wichtig, dass die Architektur und das Licht eine Harmonie bilden. Und die Harmonie ist auch wieder ausgerichtet auf Gemütlichkeit, auf Verweildauer, auf Konsumationslust. Der Mensch in Mitteleuropa ist halt im sehr warmen Weissen Umfeld zuhause und fühlt sich dort wohl und will dort verweilen.